Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Cross the Link to the Pass, meine Damen und Herren, wo wir heute Hard Pieces sammeln gehen, meine Damen und Herren. Warum? Damit wir einfach so lange wie möglich den Ice-Dungeon vor uns herschieben sollen, können der, nehm ich, soweit ich weiß, der nächste ist. Hurra, jo. Den machen wir als allerletztes, Alter, das garantiere ich. Das haben wir als vorletztes, weil... Weil... Warum nicht? Nehme ich das nächste Ice-Piece. Äh, Ice-Piece. Hm, der Dungeon macht mich bekloppt. Das nächste Hard Piece ist nämlich hier drin direkt und, äh, zwei so nah bei... Hi. Ne, nicht hier drin, doch hier drin, ne? Hi Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz gültig, nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Na, wie sieht's aus? Ich zahle nicht los. Danke Kumpel. Also man sagt, die Monster im Sumpf produzieren das Unwetter nur so aus Spaß. Wenn du die Luft mit einer größeren Macht bewegst, hört der Regen vielleicht auf. Hast du mal nach draußen geguckt? Hast du mal nach draußen geguckt? Wahrscheinlich in den letzten Tagen nicht allzu häufig, ne? Ja, aber du bist ja auch damit war, äh, damit beschäftigt, mir zu erzählen, was ich machen soll, nachdem ich's längst getan habe. Dafür hab ich jetzt 20 Rupies ausgegeben. Du bist echt ein vollkommener Sympathieträger. Träger, scheinbar ist hier nicht das Hard Piece drin, das ich suche. Aber das macht wahrscheinlich nicht allzu viel, weil... Hä, 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 Hä. Öfter mal was neu hat. Ich dachte, das wär hier. Da hab ich... Das ist ja toll jetzt. Warte mal. Weißt du, merkst du wieder hier. Profi und so. Profi am Werke. Okay, scheinbar ist der da... Das Ding ist, ich stand in der Ecke gerade schon, hab mir auch gedacht, dass die irgendwie, genau, diese Ecke hier, dass sie irgendwie auch so ein bisschen geringfügig irgendwie verdächtig aussieht. Ist sie, meine Damen und Herren. Denn wir müssen irgendwo hier mit dem verfickten magischen, verfickten Penner hin. Und zwar an der Möglichkeit, ohne in diesen Stein da reinzudingsen. Danke, sehr, sehr entgegenkommen. Dann können wir diesen Stein heben, meine Damen und Herren. Und in diesem Stein oder unter diesem Stein, meine Damen und Herren, versteckt sich natürlich hier die geheimnisvolle, Geheimnisvolligkeit, die geheimnisvollen Geheimnisse. Und deswegen müssen wir die Dinger hier alle verschieben. Schön, dass ich nicht mal mehr alles schieben darf, so wie ich's möchte. Reicht halt jetzt? Danke, Gott sei Dank. Halbes Herzteil. Wir werden das Ganze jetzt nur schon mal so zur Ankündigung. Wir suchen jetzt noch vier Hard Pieces im Grunde genommen. Die anderen beiden Hard Pieces im Grunde genommen fast während des letzten Dungeons nebenbei. Die werde ich dann jetzt nicht vorher extra noch holen, damit wir die beiden Hard Pieces voll haben. Eins davon ist, glaube ich, sogar im Dungeon tatsächlich drin. Das heißt, das macht dann noch weniger Sinn, aber wir machen jetzt erstmal. Wir haben ja noch ein kleines bisschen zu tun. Namentlich eines der coolsten Hard Pieces meiner Meinung nach in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass ich das schon geholt habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir werden sehen, meine Damen und Herren. Namentlich müssen wir dafür zurückgehen zu diesen... Ich hatte die irgendwann mal im... Boah, keine Ahnung. Ganz am Anfang. Irgendwann diese freundlichen zwei... Diese freundlichen zwei... Äh... Baumfeller. So, die hier oben sind, die hatte ich irgendwann mal schon konsultiert und besucht und so weiter und so fort. Und hatte da, glaube ich, auch gesagt, dass man die mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten soll, weil die werden noch irgendeine gewisse Relevanz haben. Was natürlich der Fall ist, meine Damen und Herren, weil warum würde ich lügen? Können diese Augen, die keine Sau sieht, lügen? Hm, hm. Können sie nicht. Denn, meine Damen und Herren, wir können dagegen diesen Baum rennen. Das ist der, den die gesägt haben. Oder ist das der, ne? Ist egal. Einer von diesen Bäumen jedenfalls. Und wenn man dagegen rennt, gehen die Blätter kaputt. Das fanden wir als Kind so cool. Das war das coolste, in diesen Baum reinzuspringen. Ohne Scheiß, das war bis heute eines meiner Lieblings-Heart-Pieces, weil es so viele Erinnerungen hat und so weiter und so fort. Die Typen kann ich jetzt eigentlich sogar gebrauchen, oder? Warte mal. Nö, kann ich nicht. Das ist ja toll. Dann, dann gehe ich halt weg. Also, eins der coolsten Heart-Pieces, jedenfalls, in diesem Spiel, meiner Meinung nach. Absolut genial. Dieser Baum, dass man da rein spricht. Ich weiß nicht, warum mir, ich habe keine Ahnung, warum der mir so gefallen hat damals. Oder bis jetzt immer noch gefällt. Wahrscheinlich, weil ich es als Kind damals entdeckt habe und total stolz war. Aber ohne Scheiß. Das sind so die Gründe, aus denen dieses Spiel so absolut genial ist und immer bleiben wird. Drei weitere Heart-Pieces, ja. Kriegen wir mit Sicherheit hin. Nächstes Heart-Piece ist... Ich glaube, dass das... Moment, Moment, Moment. Ich glaube, dass das hier oben drauf ist in der Dark-World. Moment. Ja, ja. Und zwar müssen wir jetzt irgendwie in die Dark-World rein. Das können wir ja hier im Dorf machen. Das wäre ja relativ sinnvoll. Und da kommen wir zu dieser Stelle da zurück. Das ist so cool. Dadurch, dass man mittlerweile diese ganzen Items hat und so weiter und überall durchgehen kann und die Karte mittlerweile auch halbwegs im Kopf hat und so, ist das Reisen in diesem Spiel, Reisen, in diesem Spiel wirklich mittlerweile sehr, sehr angenehm geworden. Weil, keine Ahnung, der Weg jetzt hier hin zurück ist so kurz. Normalerweise, keine Ahnung. Als ich das erste Mal in das Dorf wollte, musste ich einmal durch den Wald und den ganzen Scheiß. Das muss ich jetzt mittlerweile aber alles nicht mehr machen, weil ich mittlerweile eine Möglichkeit habe, diesen Schein hier zum Beispiel hochzuheben. Das ist so cool, dass die dann in dieses Spiel durch diese Item-Progression Abkürzungen eingebaut haben und so, wo man sich dann später irgendwann mal drüber freut. So wie ich jetzt. Also, es ist ohne Scheiß, es ist so cool. Das ist Game-Design à la Bonheur, meine Damen und Herren. Keine Ahnung. Das war eine schöne Zeit damals. Aber was Game-Design angeht, werden wir, wenn das hier vorbei ist, übrigens noch ein sehr, sehr cooles Spiel spielen. Ich weiß nicht, für die Leute, die mein Super Metroid Let's Kurz damals schon gesehen haben, Sorry, brah, aber das Spiel, da mir die Qualität dieser Videos überhaupt nicht gefällt, so retrospektiv, keine Ahnung, falls irgendwer diese Videos noch nicht gesehen hat, gerne einmal das erste Video gucken, von der reinen Qualität her vergleichen mit diesen Videos hier und dann wisst ihr Bescheid, was ich damit meine. Deswegen werden wir hier nach Dingenskirchen Super Metroid rekrutzen, meine Damen und Herren. Das ist ein Announcement, hurra, ist das nicht toll? Hätte ich das jetzt in einem eigenen Video machen müssen? Ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls müssen wir erstmal hierher. Man kann, glaube ich, irgendwie sogar am Rand sich lang hangeln irgendwie, aber man kann das auch so machen. Und dann kommen wir an diesem Block an und dafür brauchen wir diesen, ich weiß nicht, ob es ist durchaus möglich, dass das der einzige Sinn ist, den dieser Vorhang tatsächlich, äh, Umhang, Vorhang tatsächlich hat. Nämlich, dass wir dann da durchgehen können und dann dieses Hardpiece bekommen, was unseren Herzcontainer voll macht. Uns fehlen nur noch drei Stück. Uns fehlt noch eins durch die letzten vier Hardpieces. Und danach fehlen noch zwei durch die letzten beiden Dungeons. Nicht drei, wie ich beim letzten oder vorletzten Video irgendwann mal fälschlicherweise behauptet habe. Es gibt tatsächlich noch einen Dungeon zusätzlich danach. Natürlich gibt es noch einen finalen Dungeon, klar. Aber der hat keinen Hardpiece. Ich war mir da nicht mehr ganz sicher, aber dem ist nicht so, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren. Jetzt fehlen nur noch zwei Hardpieces. Bis auf, wie gesagt, die letzten beiden, die wir dann später irgendwann holen werden. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eins hier irgendwo bei der Kirche. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, das ist irgendwie dieser Stein in der Lichtwelt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich den schon geholt habe oder nicht. Moment. Scheinbar ist es nicht dieser Stein. Ha! Ich weiß schon, was ich hier mache. Ach, hier. Der Stein war es wahrscheinlich. Das sieht schon sehr stark dann auch aus, als hätte ich dieses Ding schon geholt. Traurig, traurig. Okay, damit bleiben dann aber tatsächlich nur noch zwei über. Kleinen Moment. Es ist nicht immer mit meinem kleinen Moment, wenn ich sowieso rausschneide, aber egal. Okay, und zwar ist eins davon auf Death Mountain, meine Damen und Herren. Heißt das in der Welt überhaupt Death Mountain? Ich habe keine Ahnung. Eins ist da drauf, das habe ich nicht mitgenommen, weil da sind... Wenn ihr euch erinnert, bei dieser einen großen Treffe, die da nach oben führt, der eine Treffe führt da ganz, ganz steil nach oben, meine Damen und Herren. Da sind dann unten drunter diese ganzen... Das Ding trifft mich, obwohl ich da mit einem schweren Reingerannt bin. Das ist nicht sonderlich cool, Alter. Aber ist egal. Da sind dann diese ganzen Vorsprünge, von denen man runterspringen kann. Und an einem dieser Vorsprünge ist dann noch eine Höhle. Vielleicht sind da auch mehrere Höhlen, aber eine von diesen Höhlen hat jedenfalls ein Hardpiece, meine Damen und Herren. Ich weiß bis heute nicht genau, welcher von diesen Vorsprüngen das ist, aber... Wir werden schon rausfinden, Alter. Einer von denen jedenfalls. Und dann fehlt nur noch einer, der dann im Prinzip schon fast in der Ecke ist, wo wir als nächstes zu unserem Ice Dungeon gehen wollen, den ich... sowas von bereuen werde. Keine Ahnung, welche von diesen Türen das ist. Warte mal. Ist es hier runter? Wahrscheinlich nicht. Das wäre jetzt zu einfach, oder? Wenn ich jetzt hier den richtigen einfach getroffen hätte, wäre schon irgendwie... wäre schon fast ein bisschen mies, ne? Das sind jedenfalls diese... so eine Art Verkettung von kleinen Mini-Dungeons. Ist das tatsächlich richtig? Durchaus möglich. Erstaunlich. Aber das habe ich jetzt im ersten Anlauf hingekriegt. Ja, das ist tatsächlich richtig. Das ist ja unglaublich. Ähm, diese Verkettung von Mini-Dungeons mit mehreren Ein- und Ausgängen und so weiter und so fort. Und dann kriegen wir Herzteil nummer... ganz viel. Keine Ahnung. Warte mal. Das sind insgesamt 24, also Hardpiece nummer 21. 21 Stück haben wir schon gesammelt. Kruss, ich bin's. Ähm, Südkaribik. Ein guter Rat von mir, der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen. Von dort erreichst du Heras Turm auf dem Todesberg. Was du nicht sagst. Aber das ist ja wirklich für dich. Also der Typ ist so hilfreich, ohne Scheiß. Was ein netter Kerl, dass der mir das alles sagt zur rechten Zeit und so weiter am rechten Ort. Der bist da Südkaribik. Danke. So, letztes Hardpiece, das wir sammeln, bevor wir Richtung letzten Dungeon und so weiter gehen, ist dann, beziehungsweise vorletzten Dungeon, glaube ich. Ähm, ist auch egal. Das ist dann, wie gesagt, schon in dem Sumpf, da wo der Eispalast ist. Und ich habe so keinen Bock drauf. Ich habe so keine Lust auf den Eispalast. Aber ist egal. Wir werden den Eispalast auch noch meistern. Aber erst mal gehen wir. Warte mal, ich muss jetzt in die Dark World. Das heißt, irgendwie brauche ich jetzt ein Portal in die Dark World und muss dann da unten hin. Hm. Aber am Ende, ich weiß, wo eins ist. Ich weiß, wo eins ist. Und zwar in dem See selbst ist doch eins oder nicht. Ja klar. Wahrscheinlich ist das sogar das, was wir nehmen. Ne, Moment. Das, was wir nehmen müssen, ist das... Ne, 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 ne. Ich brauche irgendwo ein Portal. Aber wir können das Portal in dem, keine Ahnung, in dem Sumpf da, wo die ganzen Wiesen sind und so weiter nehmen. In dem Sumpf, wo die Wiesen sind. Krutz, der alte... Keine Ahnung. Kutscher. Ich hätte es fast Schaffner gesagt, aber nur... Aber nur fast, Gott sei Dank. Das hier ist übrigens das Hardpiece, das wir jetzt suchen. Dafür müssen wir allerdings erst in die Dark World und von der Dark World dann irgendwie mit dem Dingsbums, mit dem lustigen, äh, hier, schnifftige Schnuffhausen, ähm, Ding ins Kirchen, Mann, Spiegel. So, müssen wir da wieder zurück in die Light World jedenfalls. Aber dafür müssen wir erst mal in die Dark World. Und zwar, ich glaube, das nächste Portal ist im Prinzip, dass wir vorne in diesem, wie auch immer man diese Gegend hier nennt. Keine Ahnung, Grassland, meine Damen und Herren. So, nicht anders. Green Grass Dingsbums aus Sonic ist halt offiziell, klar. Ja, äh, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung, irgendwann mit Greens, wie dem auch sei. Green Hill Zone, so, jetzt habe ich es... Aber da bin ich jetzt von alleine drauf gekommen. Erstaunlicherweise, ohne, ohne irgendwelche Hilfe. Ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Jedenfalls Dark World und dann müssen wir dann zurück in diesen tollen Sumpf da. Und dann... Ich habe so keine Lust auf den Dungeon, aber ist egal. Und dann... Müssen wir... Irgendwo ist dann diese eine Insel, wo das Hardpiece drauf war. Das zeichnet sich, die zeichnet sich im Grunde genommen ab, glaube ich, durch irgendwie flaches Wasser hier in der Nähe. Was ist eigentlich in die ganzen Höhlen hier? Ach, hier ist überhaupt keine Höhle. Das ist sehr schade eigentlich, aber ist egal. Nicht so, als würden wir die brauchen. So, und zwar ist es dieser Kreis von Stein... Das sind übrigens auch Arschlöcher, diese... Die werfen die ganze Zeit... Ich weiß gar nicht, ob man die angreifen kann. Nee, die kann ich nämlich nicht angreifen. Dafür bombardieren nämlich tot. Wahrscheinlich spawn ich jetzt wieder in dem einen Busch auf dieser Insel. Nein, ich spawn nicht auf den... Gott sei Dank. Das hätte mich jetzt sehr frustriert. So, letztes Hardpiece im Grunde genommen vor dem letzten Dungeon. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir ja noch diese Insel. Äh, auf der diese... Eigentlich könnte ich jetzt ein paar Rupees verbraten gehen, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Rupees verbraten gehe, dann habe ich auch kein Geld mehr für Potions, wenn ich welche brauche. Äh, wir heben das Geld aber auf. Komm mit meinen Bomben und meinen Pfeilen ja auch raus. Jedenfalls haben wir hier drauf ja dieses Ding. Darunter ist ein Portal. Und wenn wir in dieses Portal gehen, meine Damen und Herren... Der Moment, auf den wir alle gewartet haben... Toll. Der verfickte Dungeon-Arschkotz-Arschloch-Wichser. Den wir überall alles lieben. Und im nächsten Video sowas von herzigen werden, meine Damen und Herren. Freut euch drauf. Ohne Scheiß. Warte, das nur noch so zu erzählen. Aus der Wand kommen diese blöden Arschlöcher. Die... Keine Ahnung. Die man, glaube ich, nur mit den Feuerdingern irgendwie kaputt machen kann. Dadurch, dass die Fackel... Beziehungsweise Funzel da ja keine... Überhaupt keine Reichweite hat. Muss man die im Grunde genommen mit dem Eisstabler kaputt machen. Und das verbraucht viel Energie. Und man braucht Energie. Und der Dungeon ist verwirrend und so weiter und so fort. Kruz, die magischen Flammen werden dich in diesem Eis in den Verlies schützen. Danke. Für diesen tollen Hinweis, den wir dann in der nächsten Episode sehr, sehr, sehr zu Herzen nehmen werden. Ich habe so keine Lust auf diesen Dungeon. Liebe Leute, vielen lieben Dank, Tittenarbeit. Hochwitzel-Winknerweise bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren. Indem ich verzweifeln werde, schreien werde, weinen werde, kratzen werde, schlagen werde und so weiter und so fort. Hochwitzel-Winknerweise. Habe ich schon mal hochwitzel-Winknerweise gesagt? Nächsten Video. Ja, hat ich schon gesagt. Ist egal. Wie lange kann ich das noch vor mir her schieben? Tschö.